Die Entwicklungsschritte, umso weiter man sich nach oben orientieren möchte, umso schwieriger werden die natürlich. Das ist ja auch klar, wir haben heuer wieder einen kleinen Schritt gemacht, meine ich. Wir haben ein bisschen mehr zur defensiven Ordnung, ein bisschen mehr an spielerischer Qualität dazugewonnen. Wir haben mehr Torschancen rausgespielt. Wir haben von diesen Tormöglichkeiten zu wenige genutzt. Ja, wir wollen uns eben weiterentwickeln. Wir waren in diesen zwei Jahren nicht ein einziges Mal auf dem Relegationsplatz. Ich denke, wer die Liga verfolgt in diesen Jahren, der weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und da heißt es, weiter arbeiten in dem Bereich. Schauen, was eben noch möglich ist. Wir werden nächstes Jahr nicht die Champions League als unser Ziel ausrufen. Das ist wohl auch klar. Denke ich. Hoffe ich.